30. November 2017 1227 von Sebastian Feurer Sony Presence PlayStation Plus Spiele für Dezember 2017 Der offizielle Trailer zu Darksiders 2 schlüpfen Sie in die Rolle des Todes Sony hat die kostenlosen PES Plus Games für den Dezember veröffentlicht. Gratis gibt es unter anderem Darksiders 2 Definitive Edition Until Dawn und Siberia. Nachdem erste Titel gestern bereits durchsickerten, hat Sony jetzt die vollständige Liste der Gratis-Games für PES Plus Abonnenten veröffentlicht. Highlight in der Auswahl ist das Action-Adventure Darksiders 2 Definitive Edition. Ab dem 6. Dezember stehen dann außerdem die folgenden Titel für die PlayStation 4, PS3 und PS Vita zum Download. Darksiders 2 Definitive Edition Kung Fu Panda Showdown der Legenden und Till Dawn Rush of Blood Bonus Titel bei PS Plus, PS VR forderlich Tetsu Bonus Titel bei PS Plus, Playlink, Blaze Lost Memories, PS3, Siberia Collection, PS3, Forma 8, PS Vita, PS4, Wanted Corp, PS Vita. Das Highlight der Gratisspiele ist das von THQ und Nordic Games entwickelte Action-Adventure Darksiders 2. Seisern in dem Spiel schlüpft der Spieler in die Rolle des vierten Reiters der Apokalypse, dem Tod selbst. Ziel ist es, die Einkärkerung seines Bruders dem Krieg aus dem Vorgänger aufzuklären und die Verantwortlichen zur Schuld zu bringen. Bis zum 5.12. haben sie noch die Möglichkeit, die Gratisspiele für den November herunterzuladen. Auch in der Novemberliste sind einige Highlights dabei. Eine Übersicht bekommen sie hier. Cheap-Redaktions-Info keine Highlights mehr verpassen mit unseren aktuellen Web-Meldungen. Ausprobieren jederzeit wieder rufbar.